Kann man den Leuchtturm sogar sehen? Ich habe mich schon gewundert Auf der linken Seite Jetzt die Golden Gate, Alcatraz und Downtown San Francisco Left Seite Gold Gate, Alcatraz Island und Downtown San Francisco Richtig schick So ist ganz gut Lufthansa 454 Super, reduce speed to 230 Lufthansa 454, reducing speed 230 Lufthansa 454, heavy, reduce speed to 210, descend and maintain 6000 Lufthansa 454, reducing speed 210, descending 6000 Lufthansa 454, heavy, contact NKL Approach 135.65, G'day 135.65, Lufthansa 454 Heading 140 Lufthansa 454, super, NKL Approach, reduce speed 180 Lufthansa 454, reducing speed 180 Flaps 1 Flaps 1 Lufthansa 454, super, turn left heading 100 Lufthansa 454, left turn heading 100 2,000 2,000 Lufthansa 454, thank you for help, contact tower 120.5, G'day 120.5, any days, good, 6855 Kannst aufräumen, SFU und Manual raus und Dann mach das doch hier NKL, NKL, rise 187, LLfe 5000, crossing Woodside 110, after Woodside NKL, rise 187, NKL Approach, Roger Silikon Valley 1,000 1,000 Silikon Das ist onset 454 Super, turn left heading 040 Left turn 454 heading 040 Und nach fest noch armed NorCal Horizon 187, leveling 5000, crossing Woodside 110, after Woodside Horizon 187, NorCal approach, roger NorCal Skyway, 6840, 7200, descending 6000, heading 040 Skyway, 6840, NorCal approach, Kashiway, Kurson, Central, behind the Super A388 Was fliegt denn da? L-Star Rhym Star 454 Super, descend, maintain 4000, turn left heading 010 Left turn 454 heading 010, leaving 6 4000 blue Yep, 1000 Checked L-Star 454 Super, 3 miles from Dumba, turn left heading 310, crossing Dumba at or above 4000, cleared ILS from late 28 right approach L-Star 454, left heading 310, Dumba 4000 above and cleared ILS 28 right L-Star 6840, traffic 10 o'clock, and 3 miles Dumba is by 16,1 DME from... Yep Traffic at Sky, service 6040 Unmanaged L-Star 454 Super, maintain 180, not 10 till AXML L-Star 454, 180 till AXML To where? AXML 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 Kontakt, Approach 120.1, take care. 120.1, Friesen 1.7, good to know. We've got the 454, Suprakash, White Turbenton Trail behind the Boeing 7577, runway reduced speed now to 160. Lufthansa 454, reducing speed 160. We've got the 454, the Boeing 757, your following is actually moved over to the left runway now. 454. Okay, they're crossed here, got the glacial, so center line. Lufthansa 1090, 90.1, Friesen 1.4, 0.1. Gai 6840, traffic 11 o'clock and 5 miles, westbound 7000, descending regional jet, runway 28, right. Gear down. 2,500. Gear down. Traffic inside, Friesen 1.4, 0.1. Gai 6840, maintain visual separation, turn left heading 360. Stand Israel, left 360. Flaps free. Flaps free. Flaps free. Flaps voll Club 454 Super Red seventy block bound Tower into 0.5 take care Tenzer 454 reducing toren approach Tower 20.5 chop Landing checklist Landing all green flaps full All green flaps full San Francisco tower Lufthansa 454 Super 1,000 Checked Checked American 431, left turn, ground 40 We rollen gerade zwei noch zum Start American 431, left turn, ground 40 American 431, left turn, ground 40 American 431, left turn, ground 40 Departure, Edward, 342 300 Insight, 12G 12G, maintain temperature separation with the 737 Okay, 12G 200 Minimum Continue Cardinal has you in sight, maintaining business separation, contact north, how to protect Going to departure, we're looking for a Cardinal south of 430, see ya 100 50 40 30 20 Retard 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 Notice Reverse Green BTV Beheiratung 70 454 Super Taxi, cross, 28 left, then contact ground, 121.8 Willkommen in San Francisco 454 Thank you Thank you so much And we may cross Yes Cross, 28 left Step 8 Trying to Zith To ArriÍ Die Strecke kennen wir? Ja Eigentlich geradeaus Ja nur die stehen da und das ist wasschtag bei uns und wir lassen jetzt gerade das flugzeug waschen da steht auch an ja das geht nicht an der führung we usually have our aircraft cleaned on mondays oh manu 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 ja 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 Bravo. Defensa 454 Super, clear to Golf 101. Defensa 454, get Golf 101. United 885, heavy, hold short of runway 1 left on Foxtrot. Monitor the tower, 120.5. Right side is clear. Citation Golf, Julia, Charlie, hold short of taxiway echo. Redwood 956, San Francisco ground, push back your discretion to spot 5 alpha. Guard discretion to spot 5 alpha, Redwood 956. Captain 6840, San Francisco ground, taxiway, Kilo alpha to the ramp. Kilo alpha to the ramp, Captain 6840. Skyway 6464 is off at 28, left for gate 76, Bravo. Skyway 6464, San Francisco ground, taxiway, Bravo, Kilo alpha to the ramp. Bravo, Kilo alpha to the ramp, Skyway 6464. Skyway 6464, San Francisco ground, taxiway, Alpha to the ramp. Skyway 6464, San Francisco ground, taxiway, Alpha to the ramp. Parking, external lights, parking brake is on. Checked is completed. Skyway 64, San Francisco ground, taxiway, Alpha to the ramp. Skyway 64, San Francisco ground, taxiway, Alpha to the ramp. Good afternoon. Oh, good morning, rather. Hallo, moin. Die Chocks werden ran gesetzt. Das dauert noch einen kleinen Moment. Ja, okay, dankeschön. Wir haben hier beim Flieger nichts. Das ist gut zu hören. Alles klar, bis gleich. Wir machen ja nichts kaputt. Danke. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war der erste Teil unserer Reise. Ich hoffe, er hat Ihnen Spaß gemacht. Sie haben einen sehr schönen Anflug auf San Francisco genossen. Morgen lade ich Sie ein zum Katamaran-Siegeln in der Bay von San Francisco im Hafen und abends ins Cliff House. Sie können sich auf weitere spannende Ereignisse freuen. Vielen Dank.